Treffen wir den Battle-Puss von unten. Freunde, wir jetzt... Gib mir die Stepper! Gib mir die Stepper! Wo ist er? Wo ist er? Ich seh... Da hinten! Oh mein Gott! Ist die Geschichte eine Frucht der Wahrheit? Leute, Freunde, was ist denn da? Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Leuchtturt. Wenn du dich fragst, warum hab ich eine Mütze auf und ein T-Shirt an? Ich bin ein Mann. Weiß ich nicht. Frag deinen... Frag deinen Vater einfach, warum ich das hab. Heute hab ich 100 Mieten für euch. Das sind eigentlich nur 10 oder so. Weil einfach nur clickbaiten. Du Hund! Und, Freunde, heute teste ich die alle mit meinem Freund André! Oder waren wir beide? Ja. Ja, wir beide. Warte, wir beide? Wir beide. So, hast gesehen? Reingeguckt. Darf die auf die Schulter schlagen. Freunde, wir testen heute Mythen und wir brauchen natürlich noch einen kleinen Sklaven, der uns hier Items besorgt. Deswegen lade ich jetzt einfach den Schweizer ein. Gogeta, komm rein. Also nicht, dass alle Schweizer Sklaven sind, sondern Gogeta ist ein Sklave. Deswegen muss er jetzt mitmachen. Und wir gehen rein in Kampflabor. Erste Mythos. Kann man mit Stickys Rugged Riden? Freunde, wir haben jetzt Handschuhe und Stickys ge... André, wohin gehst du, Bruder? Wir sind Reifen. Komm bitte zu mir. Ich bin bei You. André, guck mal, die Aussicht. Da ist eine Wolke. Mit Blitz. Das ist Mero, Digga. Komm, wir gehen. So, Freunde, und zwar versuchen wir jetzt zu Rocket Riden mit den Stickys. André, du werfen, ich stick ihn. Okay, you ready? Drei, zwei, eins, go. Sticks funktionieren. Nochmal. Höher werfen, ja. Okay, drei, zwei, eins, go. Nee, ich glaube, das geht nicht, Digga. Hä? Okay, Freunde, ich glaube, der erste Mythos ist pass. André, nochmal. Let's stick it. Sticky. Okay, ähm. Ich glaube, man schießt einfach durch, oder? Ich glaube, man schießt einfach durch, ja. Komm, wir probieren mal mit normalen Granaten. Okay. Schmei. 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 Nee, das geht nicht. Das war knapp. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Schade. Okay, Freunde, da würde ich mal sagen, der erste Mythos ist Bastard. Okay, Bastards. Okay, Freunde, zweiter Mythos. Abonniert alle, oder, Mann? Dritter Mythos. Kann man ein Lama heilen? Das habe ich mich schon immer mal gefragt. André und Gogeta, los. Steigt ein, sofort. Gebt doch einen safe spot, Mod. Ich weiß, da gehen wir jetzt hin. Steigt ein. Fahr uns Richtung Wolke, 10. In meinem Paradies. Kannst du anständig fahren, Digga, bitte? Oh, er läuft schon, er läuft schon, er läuft schon. Okay, wir müssen ihn einfangen. Okay, Freunde. Spray ihn weg. So, stell euch diese Situation vor. Euer Lama ist jetzt getrappt. So, und jetzt? Können wir ihn heilen? Dankeschön, Gogeta. Ich bin nicht kein Lama. Hä? Haben wir ihn geheilt? Ich weiß nicht. Heilt das? Heilt das? Mach mal Sprengler hin, schnell. Ich mach Sprengler hin. Heilt das? Er stuck vor allem. Heal ihn. Heal ihn. Geht das nicht? Ich glaub, das geht nicht. Ich glaub, das geht echt nicht. Schade. Zweiter, dritter Mythos. Gebostet. 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 Freunde, ich würd mal sagen, wir kommen zum nächsten Gebosteten. Und zwar, hier können wir sogar hier bleiben, Jungs. Passt mal auf. Aha. Guck mal. Hier, André. Nimm mal diese Waffe, ja? Okay, give me room. Guck mal. Es gibt ja diesen Emote hier. Und wenn du unter mich schießt, schieß mal, ist da keine Hitbox. Das heißt, kann man unter mich drunter rutschen, wenn ich diesen Emote mache. Das testen wir jetzt. Da will ich mal sagen, Mythos Nummero... Vier. Ich mach Emote. André, gib ihm. Komm rein, komm mal rein. Baba gerutscht. Aber korrekt, dass du gerutscht bist, Brudi. Junge, man kann nicht von Anfang an rutschen. Rutsch, Junge. Los. Siehst du. Bist du jetzt bereit? Bist du jetzt bereit? Go. Geht nicht. Wieso? Mach nochmal, mach nochmal. Es geht. Okay, okay. Glaub mir. Vertrau mir. Okay, es geht nicht. Es geht nicht, Odo, Mann. Sieh jetzt endlich ein, Mann. Okay, können wir jetzt einen Mythos machen, der jetzt funktioniert? Okay. Bis gleich. Hat die MK7 Wallhack. Und ich sag euch jetzt schon mal, ohne dass ich euch spoiler, ja, hat sie. Denn, Freunde, schaut euch das jetzt an, okay? André, pass auf. Stell dich mal gegen mich. Gegen mich, okay? Wenn ihr jetzt... Macht diese Scheiße weg, André. Wer hat dir gesagt... Wenn ich jetzt hier hingehe, siehst du mich da? Ja, weil wir in einem Team sind und ich sehe alles blau. Aber sonst nicht. Ja, aber sonst würdest du mich nicht sehen. Also ich sehe dein Auge, ja. Pass auf, pass auf. Wenn man hier scoped, Freunde, kann man genau durch diese Lücke schießen und die jetzt... Seht's, oder, Mann? Ähm. Freunde, es gibt so einen Glitch. Passt auf, wenn ihr hinter so einer Wand seid. Warte, bis die Fertig gebaut ist. Ich mache wieder ein Video, Digga. Alles wieder nicht funktioniert. Was sind das für Mythen, Digga? Ich habe wirklich alle ausgesucht, die nicht funktionieren. Siehst du mich hier? Nein, den war noch nicht. Siehst du mich hier? Nee. Hier siehst du mich nicht? Nee. Okay, die haben das gefixt. Man konnte mal durch Materialien schießen. Okay. Mythos ist gebruscht. Nächster Mythos, der wieder nicht funktionieren wird. Oder vielleicht doch. Kann man von maximaler Höhe angeln? Das probieren wir jetzt. Und unser Gogeta hier baut uns gerade schon maximale Höhe. Max Height. We wanna go to the Max Height, man. Andri, do you wanna come with me in the Max Height? Ja. Gogeta, mach keinen Faxen, Digga. Ja, mach keinen Faxen, Digga. Bin ich dir ehrlich? Jetzt kommt ein Hai und beißt diese Treppe da unten ab. Ich sehe sie jetzt schon, Chat. Was für Chat? Ja, war schon wieder. Okay, wo ist maximale Höhe, Land? Okay, wir sind maximale Höhe, Andri, okay? Ja, okay. Und unter uns ist ein See, okay? Ja. Kann man von ganz oben angeln. Was sagst du? Ich sage ja. Was sagst du, Gogeta? Er sagt nein. Okay, Andri, ich probiere es. Okay, aber der Zeiger zeigt schon so hin. Guck mal, ich aim sogar auf diesen Tümpel rechts. Okay. Zack. Es geht. Guck mal, wohin die Schnur geht. Guck mal. Hä, zu mir, Digga. Junge, versuch mal, den Hai zu angeln. Warte mal, wo ist der, wo ist der, wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Ich angle. Guck mal, wie lang die Leine geht, aber es geht nicht. Wenn wir mal ein bisschen weiter runter gehen vielleicht. Was passiert eigentlich, wenn wir einen Vogel angeln? Ich bin genau beim Hai. Bist du genau beim Hai? Ja. Warte, warte, ich kann nicht. Warte. Bist du genau beim Hai? Genau. Ja. Bin genau neben ihm. Ja, das wird zu schwierig. Du siehst ihn nicht, ne? Nee, ich sehe ihn nicht. Du musst immer prädikten, wohin ungefähr. Achso. Wo ist der, wo ist der, Andri? Warte. Wo ist der? Er ist genau, er schwimmt halt immer weg, vor mir gerade. Vor dir? Er ist immer vor mir, immer vor mir. Genau vor mir. Mensch. Jetzt ist er so, immer noch vor dir? Jetzt nicht mehr, jetzt ist, Dinger, das geht nicht. Kannst du vergessen. Okay, ich werfe einfach. Ich habe ihn gehangelt. Wie ist das geactivated? Also funktioniert schon wieder nicht. Bastet. Danke, Gugeta. Denkst du, das hilft mir jetzt? Ah, ich kann ihn markieren. Okay, Freunde. Ich wollte gerade eigentlich ein Zelt suchen, aber ich habe einen Reifen und so ein Auto gefunden. Freunde, und der nächste Mythos ist, können wir gestoppte Autos mit diesen Reifen wieder zum Fahren bringen? Wir können es nicht. Nee, es geht nicht. Schade. Schade, schade, schade. Würde man sagen, wir gehen jetzt weiter zum nächsten Mythos. Und zwar, der nächste Mythos ist sogar noch im Fliegen, beziehungsweise gleich beim Landen, Freunde. Können gedaunte Personen die Zip-Lines benutzen? Denn wir wissen ja, Pisten können sie aufmachen. Deswegen, Jungs. Ashtal erwischt. Oh, shit. Pass auf, Jungs. Ashtal erwischt, Jungs. Okay. Nein, ich höre Schüsse. Mach schnell, Erdogan. Ich mach schnell. Es geht. Es geht. Es geht. Ciao. Es geht. Warte, komm dann mal zurück. Okay, warte. Warte, komm nicht zurück. Oh, oh, oh. Ich habe alle gebetet. Mommet. Äh, ja. Ja, reds mich, reds mich, reds mich, reds mich, reds mich, reds mich. Mommet reds mich. Okay, Freunde, der nächste Mythos ist, treffen wir den Battle Bus von unten. Freunde, wir landen direkt beim Leuchtturm, holen uns den Sniper oder irgendeine Waffe, wo geht, und versuchen, oben zu dem Battle Bus zu schießen, Freunde. Ich sehe den kaum schon, Digga. Wo ist er? Da hinten. Tschüss. Schnell, 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 Jungs. Irgendeine Waffe, irgendeine Waffe, egal was. Bestes Sniper. Hier ist eine Kiste. Oh, mein Gott. Hol dir. Wo, 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 wo. Oh, mein Gott. Direkt auf den Leuchtturm. Ich sehe den Battle Bus immer noch. Ich sehe ihn noch. Mach auf. Mach auf, Gugita. Sniper. Gib mir die. Gib mir die. Gib mir die Sniper. Gib mir die Sniper. Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn. Da hinten. Achso. Deine D trifft 10 Euro, Digga. Ist einfach verschwunden. Oh, mein Gott. Du hast ihn getroffen, Digga. 135 Millionen Schaden. Was? Er ist geplatzt und jetzt sind wir in Chapter 12. Okay, wir haben ihn eigentlich nicht getroffen, ihr kleinen Hunde. Haha. Okay, wir sind clickbaits. Kurz vergessen, dass ich in Battle Royale bin. Der nächste Mythos ist, Freunde. Können wir ein Hühnchen in unser Zelt packen? André, ich werfe dir das Hühnchen in den Zinn. Dann musst du es kurz festhalten, bis ich mein Zelt aufgepackt habe. Okay? Okay. Hebe. Gut gehebt. Oh, mein Gott. Wer hat diese Wand gebaut? Ich habe sie gebaut. Du hast uns alle kaputt gemacht, oder man? Hühnchen, bitte. Nicht in die Zone. Bitte. Bitte. Bruder, Bruder, bitte. Bruder, bitte. Wenn das jetzt stirbt, Digga, ich stecke ihn ab. Ich habe ihn. Mythos Nummer 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 1. Wenn du reingehst mit dem Hühnchen in die Zone, kriegst du nur du Damage und nicht das Hühnchen. Hä, wild. Und wenn das Hühnchen reingeht, kriegst du das Hühnchen Damage. Mach es nicht. Ich mache es nicht. Okay. So. Ich gebe dir das jetzt, André. Du spammst deine Taste, mit der du aufhebst. Okay. Scheiß auf den. Okay. Ja. Heb. Es geht nicht. Es geht. Okay. So. Ich habe jetzt meinen Vorrat. Jetzt gib mir das Hühnchen. Okay, ich habe es. So. Nein, es geht nicht. Es geht nicht. Ich habe... Boah, ich stelle mal. Okay. Okay, Jungs. Okay, gell. Sorry, dass ihr jetzt Squad Army seid. Okay. Freunde. Kannst du das Hühnchen in eine Toilette stecken? Da hinten ist eine. Mit der Hühnchen in die Toilette. Mythos Nummer 251. Mythos Nummer 289. Das wäre der erste, der funktioniert von allen. Es hat schon einer funktioniert. Das Checken gibt keinen Schaden, wenn du es in die Hand hast. Ah, stimmt, Digga. Einfach aus Nasch zu. Okay, Freunde. Wir gehen rein in die Toilette. Warte, André. Wir müssen irgendwie dribbeln. Du musst rein und dann muss ich rein. Warum schlägst du jetzt mein Hühnchen? Kann man da nicht rein? Okay. Okay, es hat nicht geklappt. Warte, warte, André. Ich habe eine Idee. Komm zurück, komm zurück, Jungs. Das ist eine Reise-Toilette. Wir sind woanders. Komm zurück. Komm durch die Toilette zurück. Ich drücke jetzt. Guck mal, Gogeta, nimm das Hühnchen. Oder André. Nimm das Hühnchen. Spam. Okay. Habe ich? Ich gehe rein. Du wirst es mir hin und ich spam dann, okay? Okay. 3, 2, 1, go. Okay, nein. Geht nicht. Schade, Freunde. Funktioniert leider auch nicht. Aber ich sage euch mal jetzt ernst mal so. Ernst einmal. Was habe ich da gerade gesagt, Bruder? Ich weiß es nicht, Digga. Okay, Freunde. Ich würde einfach mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Freunde, mein Kopf ist heute ein bisschen kaputt. Deswegen versteht, dass heute das Video vielleicht nicht so krass geworden ist, wie sonst immer. Aber es liegt einfach an Maps, die gebaut werden. Die Karten. Ach, Digga. Scheiß drauf, okay? Scheiß drauf. Wir sehen uns morgen bei einem neuen, wunderschönen Video von mir. Ohne Mütze. Und ohne Jacke. Und ohne Schal. Oh yeah.